Ich gebe jetzt den 19. Spiel der Bundesliga und es geht los mit Dortmund gegen Freiburg. Das 10. Spiel war glaube ich ein 2-1-Sieg für Freiburg, aber ich denke in der Rückrunde wird Dortmund das jetzt machen können, weil sie jetzt erstens Frankfurt geschlagen haben, mit einem 3-2 war es sehr knapp natürlich. Die Tore erst kurz vor Schuss gemacht, aber war trotzdem halt ein Sieg und sie haben natürlich noch den Halbvorteil mit einem 3-1. Stuttgart gegen Leipzig, Leipzig denke ich wird jetzt in der Rückrunde wieder ein bisschen hochkommen, sind nur irgendwie im Mittelfeld aktuell. Ich denke so Europa League, wenn sie mindestens noch schaffen können, vielleicht sogar noch Champions League, werden wir sehen, wird ein 0-2. Köln gegen Bayern, Bayern ist immer noch Personal geschwächt, außerdem haben sie jetzt gegen Gladbach verloren, aber ich denke diesen 6-Punkte-Vorsprung wollen sie auf jeden Fall noch halten können. Wenn es noch enger wird, dann können sie wirklich noch knapp in der Meisterschaft werden. Köln, wenn sie schlagen können, wird ein 1-3. Union gegen Hoffenheim ist ein relativ wichtiges Spiel, weil Union ist glaube ich aktuell irgendwie so 7. Hoffenheim ist glaube ich gerade 4. Union ist aber immer sehr Heimsteig, deswegen macht das Union mit einem 2-1. Wolfsburg gegen Hertha, Wolfsburg ist überraschend weit unten, verlieren gefühlt nur noch. Eine richtig gute Saison, statt mittlerweile läuft es gar nicht mehr, sind im Abstiegskampf. Hertha wieder, ja auch eigentlich quasi Abstiegskampf. Aber ich denke Wolfsburg will motiviert sein, deswegen nur noch ein paar Punkte holen diese Saison. Da rauskommen aus dem Abstiegskampf, fiert ein 2-1. Mainz gegen Bochum, Mainz ist denke ich stärker als Bochum, die sind glaube ich gerade auch irgendwie 6. oder 7. oder 8. von der Tabelle her. Bochum hat zwar auch schon die Saison passiert, aber ich denke gegen Mainz wird es nicht reichen können, fiert ein 2-1. Gladbach gegen Leverkusen müsste das Topspiel sein. Gladbach hat jetzt gegen Bayern gewonnen, aber davor die Spiele waren sie jedes Mal irgendwie sehr schlecht und haben oft verloren. Leverkusen ist jetzt auch von der Tabelle her ein bisschen runtergegangen, aber trotzdem noch relativ weit oben. Ich könnte mir hier ein Unentschieden vorstellen und zwar ein 2-2. Augsburg gegen Frankfurt, das denke ich kann Frankfurt machen, sind auch relativ weit oben von der Tabelle. Ja, wieder ein 1-2. Bielefeld gegen Fürth, Fürth holt mittlerweile sogar wieder ein paar Punkte, aber auch hauptsächlich nur durch Unentschieden. Und Bielefeld braucht auf jeden Fall da den Sieg, das wird ein klares 3-1. So, das war's mit der Pugnose, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao!